Die Empfindlichkeit müssen wir auch da regeln. Ich habe hier eine Stufe für die Empfindlichkeit, wenn ich darauf drücke, dann ist sie extrem langsam. Wenn ich mal drücken kann, jetzt. Dann ist sie super langsam, dann mache ich die eine Stufe schneller, dann ist sie gleich fast schon zu schnell. Und wenn ich sie noch höher mache, ist sie richtig schnell. Ich habe das ein bisschen falsch eingestellt, glaube ich. Bisschen. Wizarding, das schon wieder, diese blöden Hexen, ne? Das habe ich noch. Das hier, ich versuche jetzt mal mein Inventar aufzuräumen, Martin. Heftig. Klappt zwar meistens nicht, aber... Wenn du es versuchst, ist es. Ah, die Axt, die schmeiße ich jetzt weg, Alter. Die ist ja eh schon fast kaputt. Ich habe ja jetzt die hier und die vom Kingslime. Lol, da steht drunter Slimy. Die Axt ist schleimig. Geil. Alter, die hat immer noch 2422 Duability, Alter. Mining Speed 14 hat die, ne? Ist das gut? Ja, nein. Einer sagt ja, einer sagt nein. Deswegen glaubst du wohl mehr. Ja, auch nicht. Hast mich überzeugt. Tobi, danke für die Info. Jop. Was? Was? Der Spastik? Wir können wieder immer rülpsen, wenn ich was trinke, ne? Achso, was ist das eigentlich mit meinen Kartoffeln? Ey, da wächst gar nichts mehr. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, da muss ich... Oh, hier ist Unkraut. Guckt, hier ist Unkraut gewachsen, Leute. Gut. Das ist natürlich nicht so richtig. Das macht man weg, indem man noch so ein Cross-Ding hinstellt und dann ist es weg. Tobi, ich hab jetzt rausgefunden, wie Agri-Kraft funktioniert, ne? Das ist richtig cool. Okay. Ja. Ich könnte sogar in der Konfig einstellen, dass wir nur noch Agri-Kraft benutzen dürfen, ne? Nicht mehr Vanilla. Komplett keinen Vanilla-Minecraft mehr. Ne, dann gibt's keinen Vanilla-Minecraft mehr. Ciao, ciao. Dann gibt's nur noch Agri-Kraft. Und dann heißt es auch... Das Let's Play heißt dann auch nur noch Agri-Kraft. Mehr nicht. Und jede Folge heißt Agri-Kraft. Äh, so. Eine Kartoffel. Was mach ich denn jetzt? Also jetzt hab ich einen, äh, Alloy-Smeter und ne Sackmill. Und hier das Dingeln. So. Fehlt jetzt noch irgendwas? Bei mir läuft mein Lagersystem. Solarpanel hab ich jetzt auch schon geupgradet. Achso, wie macht denn das jetzt eigentlich? Plus 6 RF pro Tick. Lol. Das geht ja richtig ab, du. Ich glaub, ich geh wieder meinen. N der I.O. Ähm. Sterling Generator. Combustion Generator. Na, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Den Sterling Generator könnte ich mir noch notfalls anschließen. Statt diesem Ding hier. Ich glaub, der ist besser als der hier, oder? Ah, ne. Obwohl, der High Temperature ist besser, ne? Ja. Äh, was gibt es noch? Painting Machine brauche ich erstmal nicht. Was macht der Crafter von N.I.O. eigentlich? Der Crafter? Ja, ist mir schon klar. Was macht der Power Monitor? Displays, details of power use and storage. Das ist doch mal interessant. Ich bin das scheiße. Ne. Find ich nicht. Oh mein Gott, ist das kompliziert, Alter. Leute, das Silikon sieht voll komisch aus. Rucht das mal an, Martin. Also, sieh das mal an. Ich sag mal Silikon, aber ist ja gar kein Silikon. Hä? Voll normal. Ne. Achso, du veränderst ja auch, Leute. Krass, ne? Voll gut siehst Text, auf jeden Fall. Kann mir mal schlafen gehen, Alter? Schlafen, schlafen, schlafen. Ich kann gerade echt nicht. Ich auch nicht. Schlafen. Achso. Ich dachte, wir sind schlafen. Das wärst du noch gewesen. Sobi, ich seh dich auf der Minimap, ne? Du kannst schlafen. Nein, kann ich nicht. Wieso nicht? Bin unten in der Erde. Oh mein Gott, Mann, ey. Ähm, okay, dann... Guck ich mal, ob ich das zusammenkriege. Vielleicht schaff ich's ja sogar. Ich will diesen Monitor haben. Electrical Steel. Hab ich noch nicht. Mach mal das denn. Gar nicht. Coal-Powder. Silikon und Eisen. Wie macht man Silikon nochmal? Ach ja. Ne, warte mal. Es geht noch einfacher, ne? Mit Sand. Sand. Sand in die Sackmilf. Alter, ich hatte hier noch Sand sogar. Machen wir mal 10 erstmal. Komm, 10 reicht. Hä, lol, da kommt manchmal nix raus, oder wat? Doch, jetzt. Alter, wie oft da kein Silikon rauskommt. Was ist denn jetzt los? Das war schon immer so. Ja? Ja. Ja gut, früher hatte ich mal Steel Balls da drin, da hab ich das nicht gemerkt. Wahrscheinlich. Äh, Coal Dust und Eisen. Wie viel krieg ich denn dafür? Einen, wa? Hm. Jo. Das heißt, ich brauch schon alleine sechs dafür. Nochmal zwei dafür sind acht. Acht Stück. Oh, Mini. Hitler-Zombie. Ah. Hitler. Acht Stück brauch ich. Das reicht nicht. Los, gib jetzt vier noch. Ich trau mich nicht. Lol, Alter, der verballert meinen ganzen Sand und da kommt fast gar nix raus bei. Nochmal, Alter. Jetzt brauch ich noch Coal Dust. Aber Coal Dust kommt immer raus, ne? Ja. Das wär ja auch hart, Alter. Die Sackmilf. Alter, ich brauch unbedingt die Upgrades, das geht so langsam hier. Oh, lol, Sulfur. Sulfur. Da kann ich schon mal anfangen, hier was reinzuschmeißen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Boah, Alter, wie die Zombies ihre Lage übertreiben mit den Geräuschen, ne? Ich muss die leiser machen, Alter. Heftig, ne? Die sind richtig nervig. Da geben die Skelette sogar noch im Gegensatz. Habt ihr gesehen, ich hab jetzt einen Polarize Coal mehr gekriegt, weil ich hier diese Flints drin hab? Cool, wa? Hab ich doch cool gemacht. So, jetzt kann ich schon mal wieder ein Inventar aufräumen. Kann mittlerweile mal einer von euch ins Bett gehen, vielleicht? Nein. Cool. Das find ich immer am besten, wenn keiner ins Bett gehen kann. Boah. Oh, ein Elektrik ist hier, Alter. Boah, da brauchen wir mindestens Double-Kapazitor, nur um das Upgrade zu machen für die Maschinen. Der Basic-Kapazitor geht dafür nicht, ne? Weiß ich nicht. Ne, ich glaub, das geht nicht. Ich hab den nie benutzt dafür. Ne, ich glaub, ich wollte das mal reinmachen, aber es ging halt nicht. Äh, aber dann verbrauchen die auch mehr Strom, ne? Ja. Ah, dann warte ich jetzt lieber ein bisschen. Ich hab eh noch nicht so viel Strom. Der zieht jetzt schon 20 RF ab, und weil keiner pennen gehen will, krieg ich sowieso nichts plus wieder. Ah, ich könnte ein bisschen Kohle in den Dings reinschmeißen. In den... Ah, ich hab Charcoal gemacht. Ha! Ich hab mir vorgesorgt, Mann. Und rein mit dir. Das hält zwar nicht besonders lange, aber es gibt erstmal einen Energieschub. Guckt hier. Guckt! Plus 360 RF, Alter. Ist viel besser als der Sterling-Generator. Der Sterling-Generator macht, glaub ich, 20 RF. Egal, was man da reinsteckt. Oh, der Martin, ey. Mit dem Ferkel. Oh, jetzt ist der Zombie bei mir, der dich so genervt hat, glaub ich. Was hat denn der auf dem Kopf, Alter? Was ist das denn? Ein Typ mit einer Axt oder mit einem Hammer? So ein grauer Typ mit einem Hammer. Hat der als Mütze. Hat der einen Kuchen auf dem Kopf? Neu, der hat einen Kuchen oben auf dem Kopf. Was ist das für ein Typ? Irgendein Insider. Ey. Ich häng dann dauernd an meiner Statue fest, Alter. Ey, der Hitler-Zombies bei mir. Hau ab! LOL! Das Skletter gerade ein... Äh, Ding spätiert, ein Creeper. Aua! Alter, was geht denn hier ab, ey? Ich hab die Schallplatte. Schrei hier mal nicht so rum, okay? Okay. In mein Zimmer reinkommen, guck mal... Oh, wie viele Skelette hier sind. ...dann ich direkt schreien gehört, ey. Ja, wenn ihr 8 Milliarden Skelette sind... Dann ist das normal. Da muss man doch schreien. Boah, toll, Alter. Ich hasse es, ne? Meinst du? Weil keiner von euch pennen gehen will. Ich bin im Cave. Ja, ihr seid so ein Spassen, ey. Ja, geil. Soll ich wegen dir jetzt aus dem Cave rausgehen? Schlafsack vielleicht? Ja, mach du doch mal. Du selbst nicht. Ich bin ja immer zuhause. Ey, wir haben versucht nur... ...irgit zu finden, dass er das Richtige macht. Ich mach immer das Richtige. Der Minion. Achso. Ja, es nervt die Scheiß-Zombies, wenn die Geräusche... ...das wenig. Einfach aufzuspielen. Okay. So. Wir sind jetzt mal langsam hier fertig. Jao. Keine Action-Einlage und schon ist das Electrical Steel fertig, siehste? Habe ich nämlich extra gemacht. Brauche ich noch vier Eisen und einen Basic-Kapazitor. Habe ich noch diese Eisen-Zäune hier? Ja. Äh, nee. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Jetzt will er nicht schlafen, gell? Genau. Jetzt bist du verarscht, du hast mir ja eine Sekunde... Ich kann nicht. Ich bin ja irgendwie so ein Monster in der Nähe. Kannst du wieder aus dem Bett machen. Ich laufe hier mitten in der Wildnis. Alter, ich bin so enttäuscht, ne? Du hast ich kann nicht gesagt und dann... Oh! Ich kann nicht. ...kam was anderes. Habe ich schon vergessen. Äh... ...Gouten Nuggets. Fehlt mir jetzt ein Nugget, Alter. Ein Nugget. Ich bin voller Pfeile, ey. Mein Helm ist kaputt gegangen. Oh mein Gott. Wie lange machen wir die Aufnahmen noch? Noch sieben Minuten, Martin. Ja, okay. Danach bin ich dann weg, ne? Ja. Nein. Wow. Hier hat ein gewisser Spieler schon zu viel Warp generiert. Was? Warp? Die Eldritch Guardians spawnen schon. Hä, die spawnen auch so schon? Nein. Doch, die sind meistens sogar schon nach der Weltgeneration da, habe ich schon gesehen. Es erhöht sich nur, umso mehr man macht. Ah! Ah! Das war richtig gut gerade. Ah, jetzt hast du Penner mich auch noch gewittert. Äh. Ich verrechte. Ich habe schon mal eine Welt erstellt und da war die schon da. Hä? Instant hinter dir. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ja. Ist das so? Mhm. Ja. Boom! Richtig. Richtig, Martin. Hast du gut gesagt. Loll. Wizard of Wail, lol. Kack, Nube. Yeah. Was für Nubi-Nube. Leather Quartz, drei Redstone, fuck it. Was ist das überhaupt für ein Teil? Ach, Corporate Wall. Corporate Wall. Drei Queen Stones. Boah, die Zombies gehen mir richtig auf die Eier, wenn ich hier verbrenne. Wow. Wow. Eins, zwei, drei. Achso, das geile an dem Allies-Meter ist, falls ihr das nicht kennt, der brennt drei Sachen gleichzeitig. Pro Slot. Das ist richtig gut. Komm, ist überraschend. Mhm. Was du hier alles erzählst, ey, kannst du gleich ein Tutorial machen. Hab ich schon vorhin. Hehe. Vorhin, ein 5-Minuten-Tutorial über Agri-Kraft. Das ist doch mal ein richtiges, Alter. Ey, da ist eine Kartoffel gewachsen. Lois. Muss schnell rausgehen. Da ist ein Gräber. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Was willst du von einer Creeper? Ne, er ist jetzt tot. Was? Hat sich schon erledigt. Ey, Spinne, weh, du machst mein Feld kaputt, Alter. Verpiss mich. Kleine Nutte, du. Hier ist nochmal Unkraut gewachsen, aber ich hab jetzt keine Dinger mehr. Das hier ist eine neue Kartoffel, sieht man hier. The Seed is not yet analyzed. Bau ich ab und nehm ich mit rein. Und analyze es. Ja, ist so geil. Ich geh einfach meinen und schick dann alles mit dem Ender-Pouch nach Hause, ey. Ja, das ist wirklich cool. Das hab ich immer mit dem Recycler gemacht. Ich hab extra eine Ender-Pouch für den Recycler gemacht. Potato Seeds unidentified. Mal sehen, was wir haben. Oh, ich krieg nie Gain, Alter. Jetzt hab ich Gross 3 und Strength 3. Aber ich glaub, das lohnt sich nicht, die nochmal anzupflanzen. Was hab ich denn hier? Na, die hier ist ja besser. Dann mach ich jetzt da noch ein Cross-Ding hin. Dann schmeiß ich die Samen weg. Oder ich heb die auf, lieber. Ich kann, kann man sie noch gebrauchen. Was ist das hier eigentlich? Gross 2. Ne, komm, die bauen ich gerade. Kann ich hier noch so ein Cross-Ding hinstellen? Ja, das ist halt ein bisschen, äh... Geduldssache, so. Hier ist nix. Hier sind Weeds, die seh ich gar nicht. Vor allem... Ist das ja gar nicht kaputt. Irgendwas stimmt hier schon wieder mit meiner Anzeige nicht. Hier ist auch Re-Test-Brought hier. Irgendwie ist Agrikraft auch gerade ein bisschen verbuggt, glaub ich. Du bist glaub... Ich bitte daran nicht, dass ich die Config geändert hab. So, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Martin? Martin? Ziemfelder. Ach ja. Äh... Bei diesem Ding hier. Queenstone, hab ich schon gebrannt. Hab ich jetzt schon im Inventar. Ja. Drei Redstone-Fackeln. Und ein Netherquarz. So. Zack, zack, zack. Zack und... Wusch. Putz. Oder Putz. Oder beides. Jetzt brauch ich... Energy Conduit. Conductive Iron. Redstone-Eisen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau abgezählt. Krass, Digga. Mhm. Oh, warum ist der Lava? Ich mag Lava doch nicht. Guck doch mal, wie die... Oh, fuck, das war so knapp, Alter. Das war so klar, dass das kommt. Jo, was für ein Loch ist das jetzt. Ruf mich an, Amka. Hallo. Hallo. So. 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 Wo ist der Lava? Wo ist der Lava? Wo ist der Lava? Ach, mach ich hier rein. Scheiß drauf. Ah, hab ich ja sogar schon. Siehste. Oh, jetzt muss ich gerade kurz husten, Alter. Einmal ist schon mal fertig. Oh, das dauert so extrem lange, ne? Das ist man gar nicht gewöhnt. Ich hatte hier vorher mal die Okta-Dinger drin. Die wir das richtig schnell gemacht haben. Die Aufnahme ist jetzt auch gleich schon zu Ende, Mann. Ich wollte doch den Bildschirm nochmal. Dann baue ich den Bildschirm offscreen weiter. Dann könnt ihr den in der nächsten Session sehen. Ich wollte nicht sehen, wie man den baut. Haben sie ja schon. Das Rezept haben sie schon gesehen. Mehrmals sogar. Ganz oft guckt hier, da, dat und dat. Und dat macht man so. Und dann macht man dat so und so und so. Und dann ist der Bildschirm daheher fertig. So einfach geht das. Wie lange die Aufnahme noch? Äh, zwei Sekunden. Okay. Und jetzt? Ich sage mal so. Ich sage mal so. Danke fürs zu gucken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Vize-Biest Infinity Together mit Martin und vielleicht auch wieder mit Tobi. Tobi. Ja, vielleicht. Aber der macht 15. Das bei jeder Folge. Vielleicht auch wieder mit Tobi. Vielleicht auch wieder mit Tobi. Aber vielleicht auch nicht. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.